Wissen Sie schon, dass wir außer Trainings und Seminaren sowie Videoproduktionen auch die passende Musik für Ihr Intro oder Outro komponieren? Anhand Ihres Corporate Designs erstellen wir zum Beispiel ein Audiologo oder eine Hintergrundmusik, welche sich an Ihren individuellen Vorstellungen und Wünschen orientiert. Im Intro dieses Tutorials haben Sie eben schon unser Camtasia-Audiologo gehört. Wir wollten gerne eine Musik im Intro, die Ihre Aufmerksamkeit fokussieren soll und zudem auch einen Wiedererkennungswert besitzt. Im folgenden Beispiel haben wir nun für das gleiche Intro eine neue Musik komponiert. Dadurch entsteht ein ganz anderer Charakter. Es könnte nun auch der Auftakt für einen spannenden Krimi-Video-Podcast sein. Oder auch eine Episode zum Träumen. Auch wenn in unserer eher visuellen Welt die Musik oft nur im Hintergrund spielt, sollte man ihre Bedeutung für das unbewusste Empfinden nicht unterschätzen. Zum Abschluss zeige ich Ihnen noch zwei weitere Beispiele unserer Arbeiten, die wir im Kundenauftrag erstellt haben. In diesem Beispiel vermitteln wir eine einladende, heitere Stimmung. Im zweiten Beispiel geht es um Digitalisierung. Also haben wir hier einen technischen Jingle komponiert und als Instrumentierung darum keine akustischen Instrumente, sondern Synthesizer verwendet. Falls Sie Interesse an einem individuellen Audiologo oder an spezieller Hintergrundmusik für Ihre Videoproduktion haben, sprechen Sie uns an!